Wäre es ein Wunder, wenn nicht irgendwas passiert ist und wenn, dann drücken wir die Daumen, dass es nichts Schlimmes ist. Also bitte helft uns überall dabei, versucht diese tolle Veranstaltung, dieses tolle Bild jetzt ganz ruhig und entspannt zu Ende bringen. Also nicht brennende Fackeln in die Container werfen, achtet darauf, dass sie auch nicht mehr glühen, dass sie wirklich aus sind und bitte löscht sie nicht in der Alster. Habt Geduld, habt Zeit, wenn ich sofort nach Hause muss. Wie gesagt, bleibt noch ein bisschen stehen. Hauptsache es passiert nichts mehr jetzt auf den letzten Minuten. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgeholfen habt für Olympia in Hamburg.